Ein Brief! Ein Brief kommt zurück! Wir müssen erstens über den reisenden Fluss. Zweitens durch die stachelnige Kakteenwüste. Ich kann gar nicht schwimmen. Wir helfen dir. Aber nur über den Fluss. Ich hab ihn gefallen! Ich hab ihn gefallen! Ich hab ihn gefallen! Klar! Zora? Bäume? Das ist meine Lieblingsfrau! Die trinkt hier immer! Du willst aber den Fluss und kannst nicht schwimmen? Ah! Ja! Oh! Drittels! Über den Durstplatz und dann geradeaus in den Steinbruch des Trauens! Ja, ich bin die mutigste und stärkste Bergste! Ich versuch's jedenfalls!